Kassi, natürlich nicht ruhig. Nein! Uniformierter Zugang. Ein Schwertisch darf ich hier sein. Warte, ich muss aber noch weiter hoch. Ah, da ist die Treppe. Da geht's nicht lang. Ich bin halbem Meter breit. Ja, mindestens. Zieh ich schon Bauch rein? Läuft sie von selber rein? Immer noch nicht oben. Oh, die haben echt geiles Essen hier. Ich kann übrigens nicht wirklich schneller. Ich kann nur minimal schneller laufen. Aber wir haben ja hier gerade den uniformierten Zugang. Da ist man immer ein bisschen eingeschränkt in der Schnelligkeit. Man soll ja nicht auffallen, ne? Ich glaube, das wird gleich echt schwer. Hier oben sind viele Leute. Da ist ja auch einer. Was ist, wenn ich hier hinten warte und Spidey losschicke? Das ist doch ein bisschen sicherer, oder? Der läuft jetzt in die Falle, hoffe ich. Kommen wir hier als Spidey aber überhaupt hoch? Ich glaube, wir haben Spidey zu früh eingesetzt. Ich glaube, wir kommen hier so noch nicht hoch. Das ist eine niedliche Spinne. Hat mich jemand gesehen? Kacke, jetzt fangst es halt an zu suchen. Muss man kurz hierbleiben? Und gucken, dass hier keiner suchen kommt. Wobei, so viele sind es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich muss noch eins, zwei in Fallen laufen. Die ist schon ausgelöst. Unter mir ist auch ausgelöst. Die Geräuschpuliste ist hier ein bisschen laut. Dieses komische. Auf rummern und so. Ach, ist der jetzt ungünstig. Habt ihr mich nicht gefunden? Oh, dahin ist einer. Ich muss kurz unsere Spinne holen. Ich muss kurz unsere Spinne holen. Kommen die Leiter hoch. Kriegen die das jetzt mit, dass ich hier was mache? Da guckt schon einer. Nummer eins. Weiter geht's. Kommen die Leiter hoch. Ja. Nee. Keine. Also geht's. Kommen die Leiter hoch. Eww, ich möchte... Jetzt sieht er gleich die Leiche da hinten... Das war's für die Encrypter. Jetzt kannst du den Virus über die Zentralantenne hochladen. Verstanden. Wo genau ist die Zentralantenne? Da, wo er grad lang läuft im Kreis. Sieht so aus, ne? Da müssen wir ihn auch ausschalten, damit wir dort unsere Ruhe haben. Das war's für die Zentralantenne hochladen. Nein! Nein! Das sind keine Themis-Drohnen, oder? Nein, nein, nein. Das sind keine algorithmusgesteuerten Killer-Drohnen. Das sind nur normale Drohnen, die dich auch umbringen können. Entsetzen los, um die Zielperson festzunehmen. Der Virus-Upload läuft erst weiter, wenn du wieder bei der Antenne bist. Keine Sorge, sie hat mehr Angst vor dir, als du vor ihr. Chat! Ich geh kotzen. Wirklich. No joke. Die gleiche Kacke wie mit Bagley. Bin gleich tot. Ich weiß, große Antennen sind äußerst bedrohlich. Aber du musst nah dran bleiben, damit der Virus-Upload funktioniert. Ach, hier unten drunter geht auch nicht. Ja, lustig. Nachladen, los! No. Wozu Fick soll ich mich dort verstecken? Mann! Ich hasse diese Kämpfe gegen Drohnen-Mission. Ich hasse es. Ich will nicht wissen, was wir jetzt wieder alles nochmal machen müssen. Erwin hat leider jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Also liegt es jetzt an mir. Na schön. Drohne, Suchprotokoll starten. Oh, Mann! Wichtig, das ist ja auch nicht so wichtig. Oh, mach das! Kannst du in die dämmigen die Laudersi? Ach, mach das nicht. Was macht der denn da jetzt? Das Ding ist, die Drohnen kommen halt überall hin. Mist, jetzt kann ich es wieder nicht mehr ändern. Ich hätte das Tarnungsding einpacken sollen. Das Ding ist, das Ding ist, das Ding ist. Wieso sind jetzt hier schon wieder... Die da. Shit. Ich habe nicht gesehen, dass es da hier auch rumläuft. Jetzt habe ich den nächsten gleich im Krankenhaus. Wieso sind die jetzt wieder da? Na los, ziehen wir es durch! Alvian hat jemanden von uns verhaftet. Solange dir das nicht passiert, bist du heute mein Lieblingsagent. Wurde auch Zeit, ja? Vereilen wir uns. Oh ja? Hey! Ja, wir haben ja zum Glück die Anwältin am Anfang rekrutiert. Die verkürzt ja zum Glück die Verhaftungszeiten und ich gehe von aus, das Spiel hat mittlerweile begriffen, dass ich diese Mission mit den Drohnenkämpfen einfach nicht hinbekomme. Und hat jetzt gesagt, na komm, wir können der jetzt nicht zwei Charaktere nehmen. Wir geben ja wieder da einen zurück. Oh, was ist das eigentlich? Ah, okay, jetzt ist unten die Tür offen. Weiß ja nicht, wie oft wir hier noch hoch müssen. Dass du halt den ganzen Weg immer noch mal laufen musst. Überhaupt nicht nervig oder so. Also, ich weiß, Watch Dogs ist auf jeden Fall kein Spiel, was ich noch zweites Mal spiele. Diese Missionen hier machen mich einfach nur fertig. Diese Drohnen-Missions-Zeugs. Sind jetzt oben alle wieder da? Oh, echt jetzt? Dieses komische Wummern ist auch langsam unangenehm in den Ohren. Von den Fallen und so. Ich gehe da hinten, der ist da. Ist der hier? Ja, doch, der ist auch da. Ich treffe halt nicht. Sie stehen gefühlt drei Meter vor mir und ich treffe nicht. Komm raus! Dann halt sie. Wer ist denn jetzt noch hier? Da unten wendet jemand. Wohin? Oh, Chat. Ganz ehrlich, ich habe Schiss vor der Aufgabe. Ich weiß nicht, wie soll ich das machen? Ich kann mich nirgendwo verstecken. Okay, und los geht's. Ich erfasse Drohnen im Anflug. Doch nicht diese Themis-Drecksdinger. Nein, nein, nein. Das sind keine algorithmusgesteuerten Killer-Drohnen. Das sind nur normale Drohnen, die dich auch umbringen können. Die Drohnen wurden zur Verhaftung der Zielpersonen entfacht. 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 Beideu! Sein Team hat seinen Wohnsitz in eine Erdienzelle verlagert. Sind die Mieten in London wirklich so heftig? Uncool. Aber wir haben einen Job zu erledigen. Und was hat mir das jetzt gebracht, dass ich die Türe geöffnet habe? Nix. Okay, ich fiel jetzt einfach hoch. Nö. Cool. Oh Mann! Ich möchte die Mission nicht machen. Nee, Barrierefrei ist anders. Was ist das eigentlich, wenn ich hier hochgehe? Hallo? 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 Oh. Chat. Macht das einer von euch bitte für mich? Jedwede Ruhestörung hat eine Ermittlung sowie, falls nötig, eine Strafe zufolge. Da ist und mit mir hier los. Da ist eine Ermittlung. Ich habe das im Film keine Ermittlung. Ich kann mich nicht nur Comprége sein. Ich kann mich mehr mit einem Schuss- ainten, 문제가 weiter nach der Mittelle und McDonald's. Ich kann mich nicht mehr mit dem thaten Ermittl in Berlin sagen. Ich bin mein Geld. Ich kann mich nicht mehr mit dem Ermittlung an die Ermittlung, was weiß, dass er mich nicht mehr mit dem Krieger behandelt hat. Ein Ball. Das ist nicht nur einem Schuss zuerstellen. Jetzt musst du die Ermittlung halten. Und ich bin einer Schuss- ainten, Ja, aber das erinnert mich halt an die Kacke aus den letzten Streams. Krass, solche Missionen. Es muss doch nicht immer alles super ultra schwer gemacht werden. Ich verstehe es nicht. Ich umarme den nur. Nix passiert. Ablenken ist noch nicht wieder ready. Ich verstehe es nicht. Du bist alleine, du kannst holen, wenn du willst. Ich habe schon eine richtig schwitzige Hand. Ich will das nicht machen. Das ist richtig beschweiert. Na dann mal los. Wer denkt sich, ich krieg aus? Was, hier schießt schon jemand? Nein, nein, nein. Das sind keine algorithmusgesteuerten Killer Drohnen. Das sind nur normale Drohnen, die dich auch umbringen können. Hallo? Sag mal. Eben jetzt. Nein. Oh, ich wollte mich doch nicht in die Kamera hacken. Nein, bei mir doch nicht machen pot. Ah! Ah! Wir haben nicht was. Neig. Es st 피�es. Untertitelung des ZDF, 2020